So, grüß dich! So, ich hoffe man sieht das. Ja. So. Gut. Man sieht mich. Okay, Heimbrach zum Paisenstil. Heute haben wir einen besonderen Juna Skopa. So, ich habe bereits die Bote zu einer. Sie sehen, es ist nur die Mitte. Okay, das Internet ist ein bisschen so. Probieren wir den Medio. Heute ist es so. Schrauben Sie das. Das ist alles fertig. Wir wissen, dass wir schon immer geschmiert sind. Wir haben in Holm Paisen. Und ja. Dann legen wir los, oder? Ich habe es auch ein Stecken. Irgend ein Stecken. Oder einen langen Kochlöffel. Oder irgendein. So halt. In der Form. Okay? Nachher würde ich sagen, wir sind schon fast auf 200 Leute. Geht's los. Los. Okay. Gut. Lass mich. Schau doch mal. Heute geht hier meine Bergbahnerape. Das ist hinterleichtert. Eine gute Idee, selber zu machen. Oh Leute. Du hast etwas bei dir das Du hast devernissen als Kleene die Stay. Dann geben euch weiter. Hier place mich noch mal. Das ist das Problem wasn tyschluige. Oh Leute. Laschet auch die Patienten die Patienten. So kannst du mal für dich werden. Der Krzeug brauch man mir das ändern. Mein Zahn geht's halt noch nicht gut. Jetzt habe ich Schmerzmittel genommen. Und ja, schauen wir, wie es geht. Okay, zwei Hubser. Due Votetokyamo. Zwarle. Zwarle Votetokyamo. Zwarle Votetokyamo. Wenn ihr das sofort macht, dann eben nicht niederschlagen. Und jetzt probieren wir mit den Armen schnell. Mit den Füßen gleich. Zwei Kontakte. Kontakte. Kolhe Bratschadopi Tempo. Und jetzt gleich. Und noch mal. Doppi Tempo. Und noch mal gleich. Und anversen. Doppi. 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 Und jetzt auf den Fuss. Springen, sei gerade so eine Gamba. Das ist ein Cardinal-Sinn. So, noch einmal vom Fuß. Und Fuß wechseln. Und jetzt auch wechseln. Zwei. Tochiamo due. Tochiamo due volte con lo stesso Dinocchio. E uno, nuova volta. Sempre cambio. Malmo wechseln. 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 Und jetzt Ausvollschnitt. 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 Also heute machen wir 3x 3 Übungen. Das sind 9 Minuten. 1x eine Herz-Kreislauf-Übungen. 2-Kräftigungs-Übungen. Dreimal hintereinander. Das sind insgesamt 9 Minuten. Dann machen wir 2 Minuten Pause. noch mal neun Minuten, noch mal zweimal eine Pause, noch mal neun Minuten, ok? Nachher geht's los. Also, die erste Übung. Prima exercitia. Sub con le braccia. Liamo giù. Squat. Ok? Ok, questo è il primo esercizio. Il secondo è... Andiamo sulla pancia. Il bastone verso avanti e ci alziamo di un lato. Quindi, destra tutti e due. Sinistra, gamba e braccio. Destra, gamba e braccio. Sinistra, gamba e braccio. E' lo solo. E' lo solo. Detacere fronte in un lato. And' il proprio di un lato. Andro di un lato. E' lo stesso. E' lo stesso. Andro di нормально. Gehne, Gangewelle dritte, Firschen ausgestreckt, Stärken in der Herd und Auge, soweit es geht. Also unifoße, halt eine kleine Kussi. Das geht auch. Kleine Bewegungen, mit den Sistern toppen, hoch, soweit es geht. ok? Pronti? Noch 7, 6, 5, 8, 2, 3, und los geht's. Und schön wichtig, ohr schausi, hol kreiz, lordosi, schausi, scappole balle insieme, facciamo sempre 50 secondi, des appiccio, dieci di pausa. Und 50 Sekunden belastung, 10 Sekunden pause. Noch 20 Sekunden. Indem es zu wenig streng stehen, ein bisschen hupfen. Sagt welle geht, robo poco, difficile. Seite noch. Ok? Und stop. Sulla pancia. 3, 2, 1, destra, sinistra, destra, sinistra. 3, 2, 1, destra, sinistra, 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 sinistra. beschützen. Noblin ziehen. Nur 13 Sekunden. 12 Sekunden. Und stopp. 10 Sekunden weiter. Arzt und Huppen legen. Hier ist gestreckt. Gambe, Allungate. Bastrone, Zopralatesta. Steigen schon auf den Kopf. Und los, Girls. Und los, Girls. Und los, Girls. Und wieder. und 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 So, Squat, Hände hoch, wenn es so einfach ist, Hupfen und los geht's. Schienen hoch, drei schien, bis schon der Platte zusammen, ok? Rumpf ist alle Mund gespannt, die Kore ist immer bello teso, sedere fuori, le scapole le schiacciamo insieme. Und vor, acht, neun, sieben, und stopp, Atembauch. Drei, zwei, eins, untere, sinistra, destra. La faccia di Nona rimane per aria. Sistra, kommst du Luf. Und da versteckt, wir bleiben in der Luft. Knochen ein, und stopp. Atem, Hupen legen, so was geht nach. Basta noch eine Galle in alto. Due, eins, los geht's. Aus, Aus. Und jetzt geht's. Allee, jetzt schon. Und zwei Sekunden weiter. Squat. Arm hoch. Wir wollen mehr Bewegigkeit in die Schultern ziehen. Wir können mehr weit raufstehen. Die Knie. Und los geht's. Olé, avanti così. Vavi, giù, inselere. Vavi, giù. Vavi. Ja. Vavi, giù. Ja. Sula pancia. E sulla destra. Sinistra. No 6 minuti, 3 seconden, ancora finisci. Allez, geht schon. So die nächsten minuti, 1, 1 stop. Auf den Rücken legen. Stecken in Höhe. Lasst uns zu. Denganciano. Oh. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Geht schon. Und stoppt. Perfekt. Die Achtstattstool ist abgeschlossen. Super. Ok. Jetzt haben wir die nächste Übungen zu haben. Ok? Jetzt machen wir die Pause. Also. Und stecken auf dem Boden legen. Notieren wir. Rechts, links, links, rechts, drücken, links, drücken. Da macht ihr Destro, Sinistra. Jedro Destro, Sinistra. Also sehr schnell. Vom. 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 Das war's. Jetzt geht es weiter. Drei, zwei, eins, und stopp. Stecken. Hoch. Heute mal U. Und. Und. Debes es nicht richtig. Quelle, die keine Flessibilität, das machen so. Okay. Bello, die Bacin. Noch zwanzig. Da, ich gehe schon. Hoppla. Noch zehn. Noch zehn. Und hier, hier. Und stopp. Mit dem Bauch. Und. Los geht's. Vier schenken strecken. Ancora trenta. Alle geht's schon. Alle geht's schon. Avanti quasi. Es ist ja troppo difficile, piegiamo un po' alle gambe, okay? Wenn es der hart ist, die Füße sich so piegen. Ancora trenta. 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 So, dann stecken wir den Boden. Zwei. Uno. E-salt da. Glocken. Avanti. Glocken. Ancora trenta. Alle. Alle. und schneider, schneider, schneider noch kurz jetzt noch 12 alle und basta squat 2 1 und los geht und hier noch bello alto il bastone alle bello alto ancora 17 noch kurz 5 5 Der letzte Duo. Duer und Stopp. Das ist das letzte. Okay. Toch. Toch. Stabler. Rundplaktschie nicht stabil. In eurem Körper gibt es keine Rotation. Ancora 27. Da. Ancora 12. Noch 10 Sekunden. Geht schon. Und Stopp. So what? Das können wir noch stärken lassen. Und Stopp. 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 Bello, bello, basso il bacino, ok? Tenete duro, è l'ultimo. Ja, schon, schön tief bleiben. Noch ein siebster, Kolokinici. Otto, fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp. Stagnum, und los geht's, geht's dir ins Recken. Rump bleibt stabil. Noch ein wenig, 7. Regulär in der Koffer. Die Koffer sind toll. Noch 12. Otto, cinquen. 3, 2, 1, und stopp. So, zweiter Zyklus vorbei. Rasten, trinken. So, geht's in die dritte Runde. Erste Pfeuer. Stecken sie hoch. Kniehebelauf. So hoch nehmen wir eigentlich die Knie, ok? Probiert es in die dritte Runde. Prima esercizio. Saltiamo. Le ginocchia verso il bastone. Meglio, se lo tocchiamo. Molto in alto. Frequenza. Frequenza. Zvortybom. Vido la power dybom. Fai la pancia di nuovo. Le gambe sono dritte verso l'alto. E con le braccia di nuovo su. Ok? Also, wir gehen einfach gestreckte Fies, gestreckte Arme. Und die Arme, das Strecken geht Richtung Zehenspitzenari. Secondo exercicio. Und die dritte Übung ist nochmal Rückenlage. Und die dritte Übung ist nochmal Rücken. Il bastone è sul bacino. Lo teniamo con le braccia. E poi facciamo su una volta. Altro. Destra. Sinestra. Destra. Sinestra. Il bacino è sempre bello alto. Il corpo è bello stabilizzato. Non facciamo strani movimenti qua. Il bastone deve essere sempre dritto. Versteckiamoci all'em corso ein. Il bacino è solo quello che si va andare con la lapiccia di un'altra mangi. Il braccio è sempre bello alto. Il braccio è stabilizzato. Und mi attiene vai. Mit dem 4 sabendo. Il batti è sta. Le braccia di più in alto. Il bacino è sempre bello alto. Rekuperato. Also, facciamo terzo round, va bene? Ok, präparatevi. Sto a riposare. Sto a riposare. Sai, glienevela. Io qui faccio finta perché mi va troppo su il fiato per il mio dente. Allora tenete l'uomo, dai. Su, 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 su. Hop, 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 hop. Alle, sulle gambe, sulle ginocchia. Fino, in faccia. Alle, sulle Auge, die Füße. Durchbeißen. Wir haben nur neun Minuten Vollgas. Geht schon, dai. Hoch die Knie, hoch die Knie. Oberkörper kann leicht hinten sein, dass man leicht drauf kann. Schön stabil. Vor allem, nach zwölf Sekunden. Geht schon, hoch, hoch, hoch. Alle. Ancora Luti. 5 Sekunden Vollgas. Noch 3 Sekunden Vollgas. Und stopp. Zweite Übung, Rückenlage. Fies streckt. Und hart. Alle, su. Alle, su. die schulter platzen zu bleiben, breit in der Luft, breit in der Luft, breit in der Luft, quattro e basta, bacino, dritto, bello alto il bacino, Passo noblitzie, l'ombelico verso l'interno, ok? Core sempre stabile. Ancora 13. Allez! E stop! Knee head up, ginocchio verso l'alto. Uno e zicole! Io vi guardo. Taglia lei, sulle gambe, sulle gambe. Se riuscite, ancora le dite dai piedi, anche in su, non in giù, ma in su. Allez, allez, allez! Catch one! Super! Die Hälfte ist schon geschafft. Da haben wir 25 Sekunden. Ancora 23 Sekunde. Belli alti, dai! Forza, gli ultimi sei minuti, dobbiamo d'arci dentro. Per guadagnarci il spritz, eh, Mimi? Zehn o'no! Catch one! Ocht! Vier! Tres! Due! Uno! E su, papi dentro. E su! Su! alle geht schon bravigen ausschlaufen quando andiamo su fuori infiato quando andiamo su ispirare ancora 15 le gambe belle dritte noch 8 6 4 2 1 ah si sul bacino mani di lato alla fine del bastone ok? così dobbiamo tenere ancora più la stabilità di handtanz aussi per il stock bisogna ancora più stabil Und dann inbleiben. Pauch noch umlebt sieben. Auf wenig adentro. Und stop. Knievelauf. Sulle gambe. Allora, l'ultima volta, dai. Ancora 50 secondi di full gas. Su. Solo 40, dai, in questi 40 secondi diamo tutto, tutto quello che abbiamo. Poi dobbiamo fare, possiamo fare riposo domani. No, 30 secondi, get you, now it's clear. Schnello, schnello, frequenza, frequenza, hop, 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 hop. Ancora un po' sulla frequenza. Alle, mancano 15 secondi, dai, su. Veloce, veloce. I ultimi 10 secondi. Get you, now 8 secondi. Full gas, das letzte mal. 3, 2, 1, e basta. Ok, sulle gambe. Allora, sono ancora 25 secondi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1. Ancora 12, 3, 1, 3, 1, 3. Not same. 4, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Ultimo ejercicio. Okay. Bello, stabile. Finito. Trinken, bitte. Bravig. Jetzt hat es brav geworden. Super. Jetzt machen wir wieder Stretching. Sick ist mit der Rolle noch. Komm mal wieder her. Wo sind meine Probleme? Okay. Probieren wir es auch. Okay. Jetzt schauen wir ein paar. Gucken wir nach Ball ab. Den Rücken schön rund machen. Jetzt beim Rom-San probieren wir stehen zu bleiben. Und stehen bleiben in der Luft. Und firmă. Fermi. ��ă. Hani- Orderion. Fermi. Tec. Etro, braccio, su, bei gli orgogliosi, e giù la l'altra parte. Ero, braccio, su, bei gli orgogliosi, e giù la l'altra parte. Mi sono resa conto che qui saltare su questo pavimento è molto più difficile perché non abbiamo le suole. Se sei anche tu senza scarpi da dinastica, quindi bisogna fare un po' di stretching anche sui polpacci. La testa in giù, coppoi. Stiamo rauf. La testa in giù, che pensa là, nell'aria. Ci teniamo qua. Proviamo andare un pochettino, pieghiamo un pochettino le gambe, un pochettino le gambe, un pochettino le gambe, un pochettino le gambe. Ero, braccio, un pochettino, un pochettino le gambe. Ero, braccio. Ero, braccio. Ero, braccio. Ero, braccio. Ero, braccio. vicino. Tramm volo in tu. Otto, braccio. sopra il corpo è bello dritto. Lo sentiamo qua con la pancia. Und wechseln, schön auf, wacht rum, Körper. Und wechseln, schön auf, Körper. Und wechseln, schön auf, Körper. Und wechseln, schön auf. Und wechseln, schön auf. Und wechseln, schön auf. Und wechseln, dass ich die Bege erlangen werde. Ich sehe den anderen Fuss hier abbiegen. Die andere geht hinten hoch. Die wir schön zugedrucken. Jetzt werde ich noch berichtet. Schön in den Ellenbogenfalt hinein. Okay. Okay. Und wechseln, schön auf. Und wechseln. 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 Wechseln. Und wir legen euch auf die Matte. Das ist ja auch so. Und das werde ich jetzt sagen. Was man hier tut. Also. Die Hand. Und zusammen mit dem Beiten. Und wir gehen euch auf die Matte. Das sieht man eh gut. Okay. Also die Hand. So. Gehen euch auf die Matte. Und heben jetzt vor den Kopf. Hier werden wir den Kopf, dass eure Hand in die Leventachten okay. Seid mit der Testa, dass sie dentro als dä EDTro. Und hier ist ein guter Triang, Deutsch-Dreihe, mit den Gomitern und mit der Testen. Ok? Mettieren wir die Testen in den Barsen, auf den Barsen und auf den Barsen. Und hier, so können wir die Testsen, auf den Barsen und auf den Barsen. Pero importante wird die innere Ausgegriffenheit. Man kann die Augen zudieren. Das ist etwas entspannend. Es ist nicht so schwierig. Das gibt ein Kalsaufgaube. Doppodomani lo proviamo ancora. Es ist unser Kalsaufgaube. Es ist unser Kalsaufgaube. Es ist ein Kalsaufgaube. Es ist unser Kalsaufgaube. Ich finde es eine Kalsaufgaube. Also das ist die Aufgabe. Bis in zwei Tage. Ich hoffe, meine Zehn seien endlich in Ordnung. Danke, dass ich es mitgetun habe. Hat mich wieder gefreut. Ich freue mich schon auf zwei Tage. Lass es euch gut gehen. Ciao a tutti, grazie che eravate di nuovo con me. Adesso vi saluto. Vi auguro una bellissima serata e ci vediamo tra due giorni. Ciao. 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 Ciao.